Die Zylinderdistortion, internationale Abkürzung CYD. Patienten mit Zylinderdistortionen streichen mit der Handfläche über ein Hautareal. Sie kneifen in die Haut und zeigen größere Schmerzgebiete an. Die Körpersprache ähnelt einem Einreiben mit einer unsichtbaren Creme. Als Symptome werden Kribbeln, Ameisenlaufen, Taubheit und Schwäche angegeben. Die Beschwerden treten bei Zylinderdistortionen häufig nachts oder beim Einschlafen auf. Verbale Beschreibungen des Patienten sind, Beschwerden treten mal so, mal so auf. Ich glaube, das ist psychosomatisch. Es fühlt sich an wie eine Klemmer. Es fühlt sich verdreht an. Der Schmerz sitzt tief drin. Es fühlt sich geschwollen an. Insgesamt kann man feststellen, dass die Zylinderdistortion schlecht greifbar ist. Schmerzen werden oft beim Zurückführen von Bewegungen angegeben, z.B. beim Armbewegen und am Rücken beim Hochkommen aus der Rumpfbeuge. Zahlreiche Entstehungsmechanismen für Zylinderdistortionen werden diskutiert. Zug an der Haut, Infektionen, Verbände, Gips, Tape, Injektionen. Manchmal ist auch kein Auslöser erkennbar. Die Zylinderfasziehe ist der Stoßdämpfer des Gewebes. Patienten mit dieser Art Distortionen vertragen deshalb Stöße schlecht. Zylinderdistorsionspatienten geben bizarre Symptome an. Patienten äußern z.B., dass sie sich in einer Schmerzwolke befinden. Die Beschwerden sind häufig sehr stark, obwohl kein Mechanismus bekannt ist, der diese Beschwerden hervorgerufen haben könnte. Da die Zylinderfasziehe für einen Flüssigkeitsaustausch des Gewebes zuständig ist, können Entzündungen durch Blockierungen des Flüssigkeitstransportes hervorgerufen werden. Patienten mit Zylinderdistortionen geben in der Anamnese manchmal einen grippalen Infekt an. Der Flüssigkeitstransport der Zylinderfasziehe wird dann unterbrochen. Dadurch ändert sich die Fähigkeit der Zylinderspulen, sich aufzuwickeln bzw. sich zurückzudrehen. Folglich können sich bei einem grippalen Infekt schon durch einfache Muskelkontraktionen die Zylinderspiralen verdrehen. Häufige Fehler bei der Behandlung von Zylinderdistortionen. 1. Zu viel Ehrgeiz in der ersten Sitzung. Bitte nicht öfter als 2-3 Mal Zylindertechniken anwenden. 2. Die Krafteinwirkung ist ineffektiv. Man sollte sich immer folgendes fragen. Was zeigt der Patient an? 3. Es liegen noch andere Distortionen vor. Diese müssen zuerst beseitigt werden. Bei Fibromyalgen bzw. Morbus Sudec empfiehlt sich übrigens die Zylindertechnik mit Hundekamm. 1. Sitzung.